Im selben Moment kann man auch für den Stiefen kommen. Dann kann man von der Lose knallen. Was ist denn da los? Vielleicht ist das ja was passiert. Kommt rein. Zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kummeroth haben die Explosion gehört und alarmieren umgehend ihre Kollegen im Gerätehaus. Sofort machen sich die Männer einsatzbereit.